Im Book of Boba Fett Finale gab es diese riesigen epischen Droiden, über die ich am Donnerstag schon ein eigenes Video gemacht habe. Beim Kampf gegen die gab es einige kleine Details, die man schnell übersehen könnte, die aber ziemlich cool sind. Als einer der Droiden von vorne vom Rancor sehr viel Schaden nimmt, werden an seiner Hinterseite die Schilde von blau zu rot. Das zeigt, dass dieser Droide die Schildstärke an verschiedenen Seiten verschieden stark einstellen kann. Da er vorne jetzt viel kinetische Energie entgegengeworfen bekommt, leitet er von anderen Teilen seiner Schilde die Energie nach vorne um. Deswegen halten seine Schilde vorne länger durch, werden hinten dann allerdings schwächer, somit rot, was den Jaren dann erlaubt, durch den Teil der Schilde zu dringen und den Droiden zu beschädigen. Ein cooles kleines Detail, das man recht schnell übersehen kann. Für weitere Star Wars Kurzvideos wie diese, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da.